Moin Leute, herzlich willkommen auf den Strauß-Tubs von Nini, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht richtig, ja, Collect, Swap and Play, Magic Tech, Champions League ist draußen. Hab ich mir gedacht, kaufe ich mir mal das Starter-Set mit Pogba, Ramos, Ronaldo, Messi, Rames. Limitierte Auflage gibt's Neymar, wir haben hier drinnen. Inhalt, Starter-Pack, Inhalt, coole Sammelmapper, großes Doppelspielfilter und spierigen Online-Code. Ja, ihr wird's als cool bezeichnet, also Tops. Ich hoffe natürlich auch mal, dass das cool ist. So Leute, wir packen das mal aus. Es kostet 8,99 Euro OVP. In der Schweiz kostet das Ganze 11,90 Euro. Also für die Zuschauer, die vielleicht aus der Schweiz zuschauen. Ich hab auch Schweizer Zuschauer, das sagt man, wenn man YouTube-Statistik... 11,90 Franken kostet das. Hier haben wir das Foil-Pack. Schack-da-la-la-la-m. Mit der Squad Limitnehmer. Front-Cover ist da. So, es wird einstortiert von... Sagen wir nicht von der Seite. also stehe so ganz normal von oben der leute ganz normal von oben hier ein kleines plakat spielregel spiel ist doppelspielfeld die ganzen karten kategorie noch mal aufgelistet front cover nice front cover background cover jetzt sagen wir bitten uns mal hier diesen schönen wie man es bei tops kennt ein schönes voll tag um ein geplästertes büster weil die mich verarschen nur base cards der stadt haben hat leute verarsche base cards nur base cards leider gottes nur base cards in der stadt aber egal ja mir scott limited edition neymar kimmich der heyer müller oh wie ein kuh oder licht doch ein bisschen blöd aber leute ich mach mal schnell was vielleicht klappt ja damit besser wenn ich hier so viel leuchte ja 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 dürfte besser sein sagt was waren das jetzt wieder rotformer kaligole robertson und twendt arnold macchiato louvre in vize weltmeister ronnie lopez du apubaka marika und ich will nur sagen zehn likes leute 10 likes möchte ich sehen jubetitsch langlett atletico club badge artur paris logo mares lozelsso ruiz harit murra dialo grina und oma toprak also leute wenn es euch gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da bis die tage euer dennis strauß topspanini ist jetzt raus